Moin zusammen. Wir sind hier gerade in Bremerhaven, denn ich habe einen besonderen Gast an meiner Seite. Dieter Nuhr. Hallo Herr Nuhr. Hallo. Sie sind hier gerade in Bremerhaven, weil Sie ja mit Ihrer Show hier stationiert sind. Erzählen Sie mal, waren Sie das erste Mal oder sind Sie das erste Mal in Bremerhaven oder waren Sie schon mal hier? Oh, ich bin schon oft hier aufgetreten, ehrlich gesagt. Kann mich gar nicht mehr das erste Mal erinnern, aber es ist glaube ich mindestens zehn Jahre her, das weiß ich, weil ich im Restaurant schon mal, im Hotel, ins Gästebuch mich eingetragen habe und das ist mindestens zehn Jahre her gewesen, das erste Mal. Und bin aus touristischen Gründen noch nie hier gewesen, sondern nur zum Auftreten. Wie unterscheidet sich denn das Publikum hier im hohen Norden von anderen Städten zum Beispiel? Auch wenn das die Menschen überraschen mag, ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil die gehen aufrecht, die lachen an den richtigen Stellen, also es ist eigentlich alles gleich und ich werde das oft gefragt und ich glaube eher, es ist so, es gibt ja so Mentalitäten, im Rheinland kloppt man sich mehr auf den Oberschenkel beim Lachen und so. Aber ich glaube, die Leute, die zu mir kommen, teilen ja in erster Linie meinen Humor. Also insofern glaube ich, sind die auch überall ähnlich. Wie würden Sie sich eigentlich am liebsten sehr beschrieben sehen? Kabarettist, Comedian, Moderator, was ist Ihnen am liebsten? Mir ist das eigentlich völlig wurscht. Ich glaube irgendwie, ich habe als Themen, ich spreche über Gesellschaft, über Politik und alles Mögliche. Also ich spreche über Themen, die irgendeine Relevanz haben und deswegen bin ich irgendwie Kabarettist. Aber das ist auch kein Ehrenmal, weil da gibt es auch ganz Schlimme und ganz Tolle. Und es gibt ganz tolle Comedians und ganz blöde Comedians und bei mir wird viel gelacht und insofern bin ich auch gerne Comedian. Ihr Programm heißt ja auch Kein Scherz. Was ist denn so für Sie im Alltag Dinge, über die Sie wirklich lachen können? Für mich im Alltag, ich lache eigentlich ständig, weil ich das Leben an sich als absurde Veranstaltung betrachte. Man ist am Anfang zu blöd, um zu erkennen, wie schön es ist, Kind zu sein. Dann, wenn man aus dem Kindesalter raus ist, denkt man, oh, das Kind war nicht schlecht. Dann ist man Jugendlicher, hat Probleme mit den Drüsen, kriegt Akne und dann ist man endlich in dem Alter, wo man am Höhepunkt ist. Da muss man studieren und muss irgendwie in den Beruf reinkommen oder so. Und wenn man da raus ist, dann beginnt im Grunde schon der Verfall. Also im Grunde ist das Ganze eine Veranstaltung, die man nur mit Humor sehen kann. Sonst geht es nicht, sonst wird man depressiv und das habe ich vor zu vermeiden. Bei den Sachen Humor, gibt es etwas, was sich denn in den letzten Jahren verändert hat bei dem Thema? Oh ja, das kann man sagen. Die Zeiten sind sehr viel humorloser geworden. Irgendjemand ist ganz schnell immer beleidigt. Und es gibt heute auch so einen Anspruch darauf, dass über niemanden mehr gelacht werden darf, außer über die anderen. Und dadurch gibt es schnell so Reaktionen, die führen meistens dazu, dass man auf der Gegenseite des politischen Spektrums verortet wird. Das heißt, macht man Witz über die Grünen, ist man sofort rechtsradikal, AfD oder schlimmer, Nazi oder was weiß ich. So ist das im Internet heute. Macht man Witz über die AfD, ist man linksgrün versifft, Stalinist oder was weiß ich. Es ist sehr komisch geworden. Also die Grundstimmung ist humorloser geworden. Umso mehr freue ich mich über die Leute, die kommen. Und ich glaube, es gibt eine ganz, ganz breite Schicht von Menschen, die gerne das Leben mit Humor betrachten. Und die sich dieser Radikalisierung entziehen. Die kommen aber im öffentlichen Leben nur noch selten vor. Die fühlen sich auch oft nicht mehr gespiegelt im Journalismus. Und das ist ein Problem, glaube ich. Gibt es für Sie Grenzen in Sachen Humor? Ja, klar, auf jeden Fall. Die sind nur schwer benennbar. Also das sind Geschmacksgrenzen, die ich, glaube ich, mit meinem Publikum teile. Deswegen kommt es. Und ich glaube, dass meine Geschmacksgrenzen eigentlich ziemlich genau bei dem liegen, wo man sich so in der Mitte der Gesellschaft befindet. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich besonders nach einer Seite lastende Geschmacksgrenzen habe. Sondern ich glaube, dies ist ganz normal. Also sprich, irgendwo in der Unterhörse hört es auf mit dem Lachen. Und wo die jetzt genau sind, kann ich nicht sagen. Dieses aktuelle Weltgeschehen, Sie sprechen ja auch viel über Politik. Wie sehr fließt das denn in Ihre Arbeit ein, jetzt die ganz aktuellen Entwicklungen? Eigentlich ständig. Das ist so meine Arbeit. Ich habe ja diese Sendung, die ich da mache beim Fernsehen. Das zwingt mich ja auch dazu, immer dran zu bleiben. Aber ehrlich gesagt ist es auch schwieriger geworden, nicht aktuell zu sein, weil die Themen viel schneller wechseln. Also früher war es so, dass man auch schon mal ein Jahr lang ein Programm spielen konnte, ohne große Änderungen. Und heute wechseln die Themen teilweise. Das macht Schnipp und das Thema ist weg. Corona war so ein Thema, wo man irgendwie noch, wenn man bedenkt, dass wir noch im Herbst Einschränkungen hatten letztes Jahr. Das ist ein halbes Jahr her. Und teilweise mit Maske und so weiter, sofort im öffentlichen Nahverkehr ist es, glaube ich, erst ein paar Wochen her, dass der Maskenzwang weggefallen ist. Und jetzt ist das überhaupt kein Thema mehr. Das ist eine ferne Vergangenheit. Und so geht es mit ganz vielen Themen. Die fallen einfach so raus. Und dann muss man die auch aus dem Programm raustun, weil die Leute sich fragen, worüber er redet denn jetzt? Das war doch letztes Jahrhundert. Welches politische Thema ärgert Sie am meisten? Mich ärgert am meisten eigentlich im Moment der Verfall unseres Landes. Also ich habe schon das Gefühl, dass Tournee an sich schwieriger geworden ist. Das heißt, wenn man jetzt an einem Freitagnachmittag durch Deutschland reisen muss, um zum Auftritt in Bremerhaven zu kommen, muss man echt planen, um durchzukommen. Heute war es schwierig, Bahnstreik wieder. Oder man weiß nicht, kommt man an überhaupt pünktlich. Neulich bin ich ernsthaft zum ersten Mal seit 30 Jahren zu spät gekommen, weil ich nicht von Berlin aus in den Westen des Landes gekommen bin. Das war nicht mehr möglich. Und innerhalb von einem Tag. Und ich hatte am Vortag Sendung und am nächsten Tag Auftritt in Stuttgart. Und es war einfach sehr schwierig. Und das ärgert mich schon, dass wir einfach dem Land beim Verfall zusehen. Und man denkt, jetzt muss doch mal jemand anfangen, eine Bahnstrecke zu bauen. Oder mal irgendwie zu gucken, da muss doch jetzt was passieren, dass Menschen vorwärts kommen können. Und das wird immer schwieriger. Haben Sie da selber eine Lösung parat? Ja, anfangen, wenn nicht schlecht. Also ich glaube, dass das Problem ist, dass in der politischen Landschaft alles so lange zerredet wird, bis gar nichts mehr passiert. Und dass man in sehr, sehr vielen Fällen nicht über Problemlösungen nachdenkt, sondern sich fragt, was macht die Problemlösung mit meiner Wiederwahl? Und dass dann hauptsächlich darüber nachgedacht wird, wie schaffe ich es wieder, in das Parlament zu kommen? Wie schaffe ich es wieder, in den Ministerposten zu bekommen? Und nicht darüber, wie man die Probleme beseitigt. Das ist ein systemimmanentes Problem, das ich auch so nicht lösen kann. Weil die Alternative wäre natürlich viel schlimmer, dass die Leute nicht gewählt werden, sondern da hingesetzt werden. Ich habe in der Tat auch viele Probleme übrigens, keine Lösung parat. Meine Aufgabe ist es, das zu benennen und bestehende Lösungen infrage zu stellen. Aber ich bin ja hier nicht der Messias, der auf die Bühnen tritt und sagt, ich weiß alles besser, sondern ich stelle infrage. Und was die Leute damit anfangen, ist dann ihre Sache. Ein großes politisches Thema ist nun mal auch der Krieg in der Ukraine. Wie sehen Sie das aktuell, das Thema? Ach Gott, ja. Ich habe am Anfang des Ukraine-Krieges diesen Brief mit unterschrieben, mit Alice Schwarzer zusammen gegen Waffenlieferungen. Aber das war vor über einem Jahr indessen. Und es war zu einer Zeit, wo man erstens sich nicht vorstellen konnte, dass es so lange dauert und dass die Ukraine es wirklich schafft, sich zu wehren. Es war zu einem Zeitpunkt, wo man diese Eskalationsangst hatte, die war extrem hoch. Und ich glaube, damals hatte man auch noch vor Augen, dass es so etwas geben könnte wie eine Verhandlungslösung. Und wie das so ist, solche Sachen ändern sich dann, Haltungen ändern sich dazu. Und heute bleiben aber so Sachen ewig im Internet. Es ist sehr schwer, seine Meinung zu ändern. Und natürlich habe ich meine Meinung geändert zum Ukraine-Krieg indessen. In diesem vergangenen Jahr hat sich die ganze Lage verändert. Und natürlich dementsprechend auch meine Haltung zu der Sache. Ich glaube, ich finde es jetzt albern, nach einem Jahr wieder etwas aufzulegen und zu fordern, dass Verhandlungen geführt werden. Weil mit wem soll man verhandeln? Mit einem, der nicht verhandeln will und gleichzeitig alle Vereinbarungen einfach bricht, so wie es ihm gerade passt, kann man nicht verhandeln. Und insofern habe ich jetzt dafür auch keine Lösung parat. Ich finde das Ganze unfassbar traurig und tragisch. Aber ich glaube, der Ball liegt nicht bei uns im Feld. Aber würden Sie es nachträglich als Fehler empfinden, was Sie da letztes Jahr unterschrieben haben? Och, ich habe schon oft meine Meinung geändert zu Themen. Ich glaube, dass ich in derselben Situation wahrscheinlich heute wieder genauso handeln würde. Es ist halt nur so, wie bei Corona auch. Ich glaube, der wissenschaftliche Stand hat sich geändert. Es änderte sich die Meinung mit dem wissenschaftlichen Stand, die öffentliche Meinung. Und heute haben wir sehr oft diese Situation, dass es eine Einheitsmeinung gibt, von der man nicht mehr abweichen darf. Und das war auch einer der Gründe, warum ich damals unterschrieben habe, weil ich dachte, hier muss doch eine Diskussion stattfinden. Das war eigentlich das Wichtigste, fand ich damals. Und ich finde, diese Einheitsmeinung, die heute vorgeschrieben werden, und jede Abweichung davon ist gleich extremistisch, ist gleich rechts- oder linksradikal oder was auch immer, das macht Diskussionen heute so schwierig. Und das finde ich schade. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, ja, ich sehe die Sache heute ganz anders, aber ich würde mich jetzt nicht dafür entschuldigen, dass ich am Anfang des Krieges eine Meinung hatte, die jetzt nicht mehr auf meinem heutigen Stand entspricht. Das ist doch normal, dass man die Meinung ändert. Ihre Person war jetzt auch vor wenigen Wochen sehr öffentlich, als Jan Böhmermann ihre TV-Sendung quasi satirisch begleitet hat. Konnten Sie darüber lachen? Ich habe es mir nicht angeguckt, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, hat mich nicht interessiert, geht mich nichts an. Ich freue mich aber, wenn jemand so wenig Sorgen hat, dass er meine Sendung karikieren zu müssen, dann muss ich darüber lachen, ehrlich gesagt. Herrlich. Und hätten Sie noch einen Rat an Jan Böhmermann, was er vielleicht zukünftig noch parodieren kann? Na, ehrlich gesagt, es gibt vielleicht Menschen, denen ich Ratschläge erteilen würde, aber Jan Böhmermann gehört nicht dazu. Sie sind jetzt schon wirklich lange im Geschäft. Haben Sie eigentlich auch noch persönliche Ziele für die Zukunft? Ich habe ständig persönliche Ziele. Die sind relativ naheliegend, weil ich keine weitgesteckten Ziele habe und auch nie hatte. Ich habe nie mir vorgestellt, wo ich mal landen könnte oder ob ich mal eine eigene Sendung kriege. Also das war irgendwie immer über mein Vorstellungsvermögen hinaus. Und so hat sich das auch viel weiterentwickelt, als ich jemals gedacht hätte. Als ich anfing, war das ein Spaß. Und was sich daraus entwickelt hat, das konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen. Und so ist das jetzt auch. Ich habe naheliegende Ziele. Ich stelle im Mai meine Bilder im Maxi-Museum in Rom aus. Das ist so weit über jedes Ziel hinaus, was ich mir jemals hätte stecken können, dass ich, glaube ich, gut daran tue, mir kein Ziel zu setzen, weil ich dann underperformen würde. Ich freue mich sehr auf die Dinge, die kommen. Nächstes Jahr stehe ich in Havanna aus, in Kuba. Freue ich mich sehr drauf. Und bin sehr gespannt, was da noch passiert. Und die Auftritte und die Sendung geht weiter. Und ein neues Programm mache ich. Und so, ich habe genug zu tun mit der Gegenwart, als dass ich mir über die Zukunft zu viele Gedanken machen würde. Sie haben es angesprochen, Sie sind auch Künstler. Nebenbei kann man schon fast nicht mehr sagen, weil Sie da ja auch wirklich überall ausstellen. Erzählen Sie was zu Ihrer Kunst. Wie sind Sie dazu gekommen und was bedeutet Ihnen Kunst? Kunst ist eigentlich mein Leben gewesen. Also ich habe Kunst studiert. Direkt nach dem Abi bin ich, nach dem Zivildienst, muss ich ja sagen, bin ich zur Kunsthochschule gegangen und habe an der ehemaligen Volkbankschule in Essen studiert. Habe Malerei gemacht und bin dann durch einen Unfall auf die Bühne geraten und war dann in dieser ganz erfreulichen Situation, dass ich meine Kunst machen konnte, ohne mich um Vermarktung kümmern zu müssen, ohne mich Sorgen zu müssen, mein Material nicht bezahlen zu können. Also die Sorgen, die man halt hat als bildender Künstler und ich konnte für mich arbeiten. Und irgendwann ist auch das dann öffentlich geworden und ist dann, ein Galerist wollte die Sachen ausstellen. Ich habe mich darüber gefreut, dass es dann in die Museen geraten. Und jetzt habe ich letztes Jahr in Venedig ausgestellt, parallel zur Biennale, in einem Palazzo direkt am Markusplatz und oben an der Decke waren Bilder von Tizian und von Tintoretto. Und danach habe ich gedacht, jetzt kannst du aufhören, was soll jetzt noch kommen? Das war großartig. Und darüber freue ich mich sehr. Kunst ist ein Teil meiner Arbeit, ungefähr die Hälfte immer gewesen. Und was dann in der Öffentlichkeit ankommt, ist sicherlich anders. Das, was ich im Fernsehen mache, ist populärer, erreicht mehr Menschen, Kunst ist stiller, Kunst ist was zurückgezogenes und auch die Anzahl der Menschen, die man damit erreicht, ist geringer. Aber das ist mir egal, ehrlich gesagt. Ich habe mich natürlich auch vorbereitet und gelesen, dass ein Bild von Ihnen bis zu 18.000 Euro kosten soll. Stimmt das? Es gibt Bilder, die von meinem Galeristen für 18.000 Euro verkauft werden, das ist richtig, ja. Ich würde trotzdem behaupten, wir verkaufen auch relativ viele Bilder im Moment. Trotzdem ist es so, dass meine Kunst, glaube ich, nicht das deckt, was ich in den letzten 30 Jahren dafür ausgegeben habe, diese Bilder machen zu können. Die Bilder sind in 90 Ländern dieser Welt zusammengesammelt, also die Einzelteile dieser Bilder, die fotografisch zusammengesammelt, ist mit einem großen Aufwand verbunden. Ich habe eine sehr, leider sehr aufwendige Art, Bilder zu machen. Und insofern ist das schon okay. Ich freue mich sehr für meinen Galeristen, mir geht es gut. Also ich bin jetzt nicht vom Nahrungsmangel direkt betroffen, aber ich freue mich sehr für meinen Galeristen, dass der für seine Arbeit belohnt wird jetzt, weil er auch da sehr viel Herzblut reingesteckt hat. Aber nicht nur der Galerist wird davon profitieren, sondern wahrscheinlich Sie auch im großen Teil. Wie gesagt, mir geht es auch gut, aber bei mir ist es eher so, dass ich denke, es ist schön, dass wieder ein bisschen was zurückkommt, von dem, was ich reingesteckt habe. Und das freut mich sehr, ehrlich gesagt, finde ich das ganz großartig, weil, wie gesagt, mir geht es gut. Ich habe finanziell keine Sorgen, aber Geld ist, glaube ich, auch etwas, was in unserer Zivilisation als Gegenwährung für Wertschätzung genommen wird. Und wenn jemand bereit ist, viel Geld auszugeben für ein Bild, dann bin ich sehr glücklich. Herr Nuhr, vielen Dank und weiterhin alles Gute. Danke Ihnen auch.